Der Frieden des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. In diesem Video wollte ich mit euch ein wichtiges Thema durchgehen und zwar die Sura 65 Vers 4. Einige Muslime leugnen, dass der Koran oder beziehungsweise der Allah den Muslimen erlaubt, Kinder zu heiraten. Und ich wollte jetzt einfach mal die ganzen Tafsida auch aufschlagen und die Gelehrten dazu hören, was der ihre Meinung dazu ist. Ob das wirklich stimmt, dass die Muslime Kinder heiraten dürfen. Und ich lese jetzt mal aus der Sura 65 Vers 4 vor, das Buch hier, ich habe den Koran. Die Übersetzung ist von Dr. Nadim Ilyas und Frank Bubenheim, für die, die das nachprüfen wollen. So, Sura 65 Vers 4. Und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit drei Monate. Hier handelt es sich eindeutig um Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten. Das heißt, erwachsene Frauen. Und jetzt. Und ebenso derjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Als ich damals angefangen habe, mich mit dem Islam auseinanderzusetzen, habe ich mich gefragt, wer sind denn diese Frauen, die noch nie ihre Monatsblutung haben? Und deswegen sage ich immer wieder, vielleicht verstehe ich die Verse falsch. Deswegen, wenn ein Muslim wissen will, wie ein Vers zu verstehen ist, dann braucht er nicht zu einem Imam zu laufen, oder zu einem Scheer zu laufen, der in der heutigen Zeit lebt. Er hat die Möglichkeit, die authentischen Quellen nachzuschlagen. Und in den authentischen Quellen finden wir folgendes. Wir haben hier zum Beispiel den Tafsir von Ibn Kathir. Er schreibt zum Beispiel zu Sura 65, Vers 4. Das gleiche gilt für die Jungen, die die Menstruationsjahre noch nicht erreicht haben. Auch er sagt, dass es sich um junge Mädchen handelt, die noch nicht ihre Menstruation erreicht haben. Und Tafsir al-Jalalayn al-Suyuti schreibt, und die Frist beträgt drei Monate, und auch für diejenigen, die noch nicht wegen ihres jungen Alters menstruiert haben, soll ihre Periode auch drei Monate sein. Ibn Abbas schreibt, was ist mit der Wartezeit von denen, die keine Menstruation haben, weil sie zu jung sind? Also hier sehen wir, dass es ein Ijma gibt, ein Konsens unter den Gelehrten. Dass es einem Muslim erlaubt ist, Kinder zu heiraten. Und diese Sura 65, Vers 4 ist ja auch die Sura, die Mohammeds Heirat mit Aisha rechtfertigt. Wir wissen ja, dass Mohammed ein sechsjähriges Kind geheiratet hat. Das steht in Sahih Bukhali. Aisha selber berichtet. Er hat mich geheiratet, als ich sechs Jahre alt war. Und hat die Ehe konsumiert, als ich neun war. Ja, wenn das mein Vorbild ist, dann muss ich das ja auch tun, sonst ist das ja gar kein Vorbild. Und Allah sagt ja in Sura 33, Vers 21, Mohammed ist das beste Beispiel für diejenigen, die auf den Tag des jüngsten Gerichts hoffen. Und das, was er getan hat, ist ja natürlich das Beste überhaupt. Und wenn er ein Kind geheiratet hat, dann sehen das die Muslime nicht als schlimm, sondern als eine wunderbare Tat, die nachzuahmen gilt. Und da ist, da fängt die große Katastrophe an. Während der Herr Jesus Christus sagt, es wäre besser für euch, dass jemand einen Mühlenstein um euren Hals legt und euch ins tiefste Meer versinkt, anstatt ihr Anstoß an Kindern nehmt. Und diese ganzen pädophilen Priester, die Kinder anfassen, die fahren zur Hölle. Die werden die Hölle schmecken. Das ist Fakt. Der Herr Jesus Christus ruft in keiner einzigen Stelle in der Bibel dazu auf, dass wir Kinder heiraten sollen. Die Ehe ist für den Herrn Jesus Christus heilig. Aber Allah sagt in Sura 4, 3, dass es einem Muslim erlaubt ist, vier Frauen zu haben. Wir sehen, dass wir hier nicht denselben Gott haben. Der eine sagt, wir sollen eine Frau haben und mit ihr bis zum Ende bleiben. Und der andere sagt, ihr dürft bis zu vier Frauen haben. Und hier kommen sogar einige Muslime und sagen, nein, nein, das gilt eigentlich nur für Mohammed, weil er perfekt war. Er konnte mit den Frauen so gut umgehen, dass keine von denen eifersüchtig war. Das ist wieder eine Lüge ist das. Weil wir sehen, dass Arisha in den Hadithen sagt, ich war eifersüchtig auf die Frauen, die sich Mohammed anbieten. Sie war eifersüchtig. Also hat Mohammed hier nicht die Frauen gleichberechtigt behandelt. Und ich wollte mit euch noch ein wichtiges Thema durchgehen. Und zwar, um meine Aussage nochmal zu untermauern, dass Sex mit kleinen Mädchen im Islam erlaubt ist. Und hier schreibt, und das ist jetzt auf der Seite 222 aus dem Buch von Christian Prince, Allahs Täuschung. Ich lese mal folgendes vor. Sex mit kleinen Mädchen ist im Islam erlaubt. Das Buch von Al-Mabzoud von Imam al-Sarkashi, gedruckt im Jahr 1985, veröffentlicht von Dar-Tibar, Band 5, Kapitel 10, Seite 55. Den arabischen Text blende ich jetzt wieder hier ein. Und was die Strafe im Falle der sexuellen Sehnsucht nach einem kleinen Mädchen hin angeht, die aufgrund ihres sehr jungen Alters von niemanden sexuell begehrt wird. Es gibt keine Strafe. Es ist erlaubt. Und es ist auch erlaubt, sie anzufassen, selbst wenn ihr Körper und ihr Intimbereich noch nicht als ausgereift gelten. Weiter lesen wir in Al-Mabzoud von Al-Sarkashi, Band 9, Seite 75. Den arabischen Text blende ich jetzt wieder ein. Wenn ein Mann Geschlechtsverkehr mit einem kleinen Mädchen hatte und sie durch ihn seine Unschuld verlor, dann wird hierfür keine Strafe fällig. Das Vergnügen war einseitig, da ein kleines Mädchen aufgrund ihres jungen Alters noch kein sexuelles Vergnügen empfinden kann. Und somit war der Mann mit ihr auch nicht unzüchtig. Eine Riesenkatastrophe. Ein Mädchen im Säuglingsalter zu heiraten ist dem Islam vollkommen in Ordnung. Wir machen weiter mit dem Buch von Al-Mabzoud von Imam Al-Sarkashi, Band 15, Seite 105. Den arabischen Text blende ich jetzt hier ein. Wenn der Mann von einer solchen Ehe profitiert, dann ist das allein Grund genug für die Ehe zu schließen, auch wenn er einen weiblichen Säugling heiratet. Weiter lesen wir, jetzt kommt der schiitische Gelehrte, Imam Khomeini, der sagt folgendes im Buch von Tahrir Al-Wassile von Imam Khomeini, Seite 241, Frage 11, Schrägstrich 12. Den arabischen Text blende ich jetzt nochmal ein. Versteht ihr, was hier los ist? Allah öffnet Tür und Toren für pädophie gestörte Menschen durch Sura 65, Vers 4. Während der Herr Jesus Christus sagt, wenn jemand von euch ein Kind anfasst, es wäre besser für ihn, dass er im tiefsten Meer versunken wird. Das ist die große Katastrophe, die wir hier haben. Und dann wundern die Muslime sich, warum tausende von Muslime den Islam verlassen. Ich sage es immer wieder, wenn die Muslime aufrichtig und ehrlich sind und die Tafsile ihrer Gelehrten durchgehen, sie würden heute noch den Islam verlassen. Was ist das für ein Gott, der mir erlaubt, Kinder zu heiraten? Und die Heirat von Mohammed und Aisha, als Mohammed die Hand um Aisha angehalten hat, er ist ja zu Abu Bakr gegangen und er hat gesagt, ich möchte deine Tochter heiraten. Und die Reaktion von Abu Bakr ist hier wichtig. Er sagt, aber du bist mein Bruder. Er hat sich nicht gefreut, er hat nicht gesagt, oh, Mohammed will meine Tochter heiraten, wunderschön, natürlich hier, bitteschön, nimm sie. Er hat gesagt, aber du bist mein Bruder. Und die Antwort von Mohammed, ich bin dein Bruder in der Religion, aber Aisha ist mir erlaubt. Der Abu Bakr war fassungslos. Weil jemand, der sich freut, würde ja nicht sagen, aber, aber du bist doch mein Bruder. Versteht ihr, was hier los ist? Die Muslime versuchen, alles zu vertuschen und zu verheimlichen. Aber gepriesen sei der Herr Jesus Christus, der sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und ich habe die Wahrheit erkannt in Jesus Christus. Ich habe mein Leben komplett dem Herrn Jesus Christus anvertraut. Ich vertraue niemals Mohammed, der von Schaitan Verse in den Mund gelegt bekommen hat. Und Ibn Kathir ist ja nicht der Einzige, der das behauptet. Wir lesen zum Beispiel in Tafsir von Al-Jalalain, dass Satan die Macht hatte, ihn Koranverse zitieren zu lassen. Später kam Gabriel und hat ihm zu ihm gesagt, was hast du getan? Das waren von Satan Verse. Und da kam Allah mit Surah 22, 52 bis 53. Allah hebt auf, was Satan einstreut. Oder dazwischen wirft. So einfach, damit der Muslim sich wohl fühlt. Ja, ja, Allah macht das schon. Allah holt schon die Verse da raus. Ja, wir müssen völlig den Verstand verloren haben. Zu glauben, dass Mohammed vertrauenswürdig in der Sache wäre. Wenn der hier schon nicht die Verse von Satan und Gott unterscheiden konnte. Wer gibt mir die Garantie, dass nicht noch mehr Verse von Satan sich eingeschlichen haben. Selbst ein Jude hatte die Macht, ihn zu verhexen. Labid Al-Assam heißt dieser Jude. Der hat Mohammed kontrollieren können. Der hat ihn ein Haar von seinem Kopf entnehmen können und hat ihn unter voller Kontrolle gehabt. Und die Gelehrten gehen davon aus, dass er 40 Tage bis zu 6 Monaten unter schwarzer Magie stand. Die heftigste Periode ist ihr 40 Tage. Da hat dieser Jude mit ihm machen können, was er wollte. Und Mohammed hat sich vorgestellt, dass er mit seinen Frauen schlief, obwohl er das niemals tat. Wie kann ich jemandem vertrauen, der nicht in der Lage war, die Verse von Satan und Gott zu unterscheiden. Der unter schwarzer Magie stand. Sagt es mir. Es ist Zeit aufzuwachen, Leute. Ihr müsst wach werden. Ihr müsst euer Leben dem Herrn Jesus Christus anvertrauen. Mit ihm kommt ihr durch. Er ist die Brücke zu Gott, dem Vater. Gott, der Vater, hat seinen Sohn gesandt, nicht damit er die Welt richte, sondern dass sie durch ihn gerettet wird. Der Herr Jesus Christus verändert die Herzen der Menschen. Und diejenigen, die sich zum Islam bekennen, wir sehen das, dass die Menschen sofort auswandern und für Allahs Sache kämpfen. Diese Religion ist nicht die Wahrheit. Ich sage es immer wieder und ich wiederhole es immer wieder. Der Herr Jesus Christus ist die absolute Wahrheit. Er kam, um uns zu retten. Und nicht Mohammed und nicht Allah. Die werden uns nicht retten. Der Herr Jesus Christus hat mit seinem Leben bezahlt, damit du lebst. Damit du dein Leben ihm anvertraust. Einem Sündlosen. Der Herr Jesus Christus liebt dich und möchte dich retten. Vertraue ihm deine Seele an. Komm heute noch zur Buße. Aufmerksamkeit.